Wenn auf dem Dorf der letzte Lebensmittelladen dicht macht, dann sieht es schlecht aus. Das ist vor allem ein Problem für Leute, die nicht so mobil sind und einfach in die nächste Stadt fahren und sich da im Supermarkt versorgen können. Alte Menschen zum Beispiel. Und zwei Konzepte, wie man das lösen kann, gucken wir uns heute an. Um hier reinzukommen, braucht man eine Zutrittskarte. Und das ist der Schlüssel zum Emmas Tag- und Nachtmarkt. Gehen wir? Wir gehen. Wir haben kein Personal, haben Sicherheitstechnik, die hier verbaut ist, die sie begleitet durch den Markt. Es wird hier Videoaufzeichnungen auch gemacht, weil kein Personal dann da ist. Aber da muss ja schon dann auch ständig jemand mal da sein und gucken, dass es nicht schimmelt oder so, oder? Das ist unsere Standortverantwortliche, die tatsächlich da immer ein Auge drauf hat. Bevor es weggeschmissen wird, weil wir auch das Verfallsdatum anhand unserer KI erkennen, wird es runtergesetzt zum halben Preis. Das ist auch sehr wichtig. Wie viele Kundinnen und Kunden sind hier, haben so ein Kärtchen? Genau, wir haben hier ca. 1000 Kunden. Oh, wir können aber sagen, dass jeder Haushalt in Eidenkottern so eine Karte hat. Wir gehen ausschließlich in Gemeinden zwischen 500 und 2500 Einwohner. Wenn es hier funktioniert, funktioniert es in der ganzen Welt. Herzlich willkommen. Wie kam es denn damals dazu, dass Sie gesagt haben, hier Leute, wir müssen hier was Eigenes auf die Beine stellen? Sie müssen sich vorstellen, das war ein alter Ochsenstall. Hier standen früher die Ochsen drin. Und dann war das Gebäude ziemlich verfallen. Elke Selke, den Namen muss man sich merken, ist das Mitglied Nummer 1. Und die ist nicht umsonst Mitglied Nummer 1, die war bei uns, weil die hat organisiert, dass wir an Fördermittel kamen. 150.000 Euro, wir haben ja Firmen beschäftigt, wir haben aber viel, ja, zu DDR-Zeit, man sagt mal, Subotnik gemacht. Und haben das so hergerichtet, wie Sie es heute sehen. Es ist bei uns wichtig gewesen, dass wir regionale Produkte anbieten. Das ist ja ein Vorteil. Sie sehen das ja bei unseren Eiern hier, das kommt hier aus dem Dorf. Also hier ist so eine Bio-Eier-Firma, die wir liefern uns natürlich mit den Eiern. Wir haben jetzt, glaube ich, 158 Mitglieder in der Genossenschaft. Die sind Eigentümer dieses Ladens. Das war uns ganz wichtig, dass das nicht Mählern gehört, Müller gehört oder irgendwem gehört oder eine Kette gehört. Sondern wir haben die Genossenschaft gewählt, weil da alle ihren Anteil einbringen konnten. Es ist eine unwahrscheinliche Gemeinschaft gewachsen. Dazu hat der Dorfladen einen Riesenbeitrag geleistet. Deswegen sage ich auch immer, wir wohnen ja nicht nur, wir leben hier auch. Und irgendwann müssen wir jetzt gucken, dass junge Leute nachkommen, die das dann übernehmen. Die das sicherlich anders machen als wir, aber die das übernehmen. Wir wollen, dass das gerne weitergeführt wird. Und nach dem Zuzug von den vielen Jungen hier in dem Dorf bin ich davon überzeugt, dass wir den einen oder anderen finden. Zukunftsland, unsere fünfteilige Doku-Serie, jetzt in der Mediathek. Zuzug von den Zuzug von den Zuzgenes